So. Der erste Traktor der neuen Limited-Klasse, den war jetzt mittlerweile auch schon im Silberfuchs, den haben wir letzte Woche noch in den Hasen hochgesehen, auch da kommt die mit 1.000 Häls. Es ist ein weiterer Schlepper im Ball mit zwei V8-Motoren. Also die Klasse kommt langsam in den Weg. Wir können das Geld einsteigen beim Traktor-Pulling. Und keine so hochgezündeten V8-Motoren oder zu vielen oder Panzermotoren verwendet. Das ist die Devise. Daher haben wir die Klasse eingeführt. 10 Applaus für die Huntsort Schwerin. Die 76 Meter 21. Der Herr Huprecht Teufel.